Willkommen zur dritten Folge von Rathasum. Äh, okay. Das ist gut, wenn du schon hier stehst. Dann reparier mal meine Kleidung. Irgendwo war ein Feld mit Portalen. Das suche ich jetzt gerade. Oha, was bist denn du? Nichts wichtiges anscheinend. Joa. Das sag ich meinem Ratsmitglied. Ich habe Rechte. Warum rede ich überhaupt nicht einfach. Das gehe ich petzen. Kann man auch auf Deutsch sagen. Scheiße. Da war ich schon. Das ist die Super Adventure Box. Ach so. Das würde mich wahrscheinlich wegporten. Deswegen mache ich es nicht. So. Ankerplatz. Da war ich schon. Gedenk... Snuffgelenk. Da muss ich hin. Zoyas Arbeitsplatz. Finger weg. Entdeckt. Okay. Gut. Dann müsste ich jetzt eigentlich alle Gebiete außerhalb des Würfels haben. Es bleibt nur noch der Zentralwürfel. Dann hätte ich einen Kartenabschluss. Dann kann ich jetzt noch mutmaßen welchen Dungeon die machen wollen. Ah. Mein Windnamp hat mal wieder nicht funktioniert. Wie immer. So. Ehhh. Nö. Ach so. Mir fehlt doch noch das eine. Okay. Springen wir hier noch einen. Da haben wir sie noch einen. Das fehlt noch. Oh Gott. Muss ich weit laufen dafür. Excelsior. Danke Spiel. Du brauchst mir keine Pfeile auf die Karte zeichnen, damit ich nicht weiß wo ich hin muss. Oh. So sieht das also aus von hier. Eigentlich schon ziemlich cool. Wenn die in Gefahr sind, können die Rathasonen so zusammenklappen. Dass das eine bessere Verteidigungsstellung ergibt. Verwendete Demostation entdeckt. So. Jetzt muss ich wieder zurück. Zweiundzwanzig Uhr dreißig. Ist ja noch genug fest. Oh Gott sind das viele Folgen. Oh shit. Ich habe ja fast keinen Platz mehr. Upsi. Also das wird definitiv die letzte Folge. Vielleicht wird sogar die kürzere. Aber dafür kriegt ihr im Moment Doppelfolgen. Also bis jetzt müssen eigentlich nur auch Guild Wars Doppelfolgen kommen. Ich bin geordnet. Ich bin geordnet. Also das ist denke ich mal okay, wenn ich jetzt mal eine 10 Minuten Folge mache oder so. Ne, ich will hier bleiben. Wir holen uns jetzt das letzte Panorama. Da muss ich schnell Schluss machen. Warum leitet ihr dann nicht die Erkundungscrew? Ahaha. Scheiße. Ich meine, ihr seid nicht die Crew. Hat niemand gesehen. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Falsche Richtung. Ich habe hier alles was ihr braucht. Da bin ich einmal ganz steil nach unten abgestürzt. Warum bauen sie solche Todesfallen da hin? Das macht doch gar keinen Sinn. Stärke. Wirksamkeit. Wie kommt man da hin? Wo ist denn das überhaupt? Sieht ja aus, als wäre das noch weiter oben. Da in einem Gebüsch ist es. Ahja. Warte mal eben. Eine Etage hoch. Oh, geht das? Ne, das geht doch nicht. Es heißt, ein Mensch, der nach Götterfels wollte, sei in der schwarzen Zitadelle gelandet. Das hätte mal vor dem Vertrag zwischen Menschen und Scham passieren sollen. Oje, 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 oje. Das könnte, das geht noch böse aus. 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 Toll. Ich dachte, ich könnte jetzt schöner Rift herunterglitschen. Scheiße. Au. Ist das der richtige Weg nach oben? Hm. Andere Seite vielleicht? Huch. Wo bin ich jetzt gerade? Welt gegen Welt? Ne. Wollte ich nicht. Mit neuen Richtlinien muss man vor Antritt der Reise Stiefel und Gürtel ablegen. Vieles auch rein. Total. Der musste sich die Hose festhalten, als er durchs Portal ist. Wir kriegen nie Rekruten. Oh Gott. Was soll ich denn jetzt denn? Wir kriegen nie Rekruten. Ich sehe auch nichts. Ich sehe auch nichts. Ich sehe nicht mal, wo ich abspringen soll. Hier ist gar nichts. Oh. Habe ich schon? Ne. Ich muss noch weiter hoch irgendwie. Mit einer Gruppe? Ja. 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 Sehr schön. Oh yeah. Oh yeah. Das wird das letzte Panorama. Abschluss Rater Zoom. Kartenabschluss. Nein. 1%. Ist nicht dein Ernst. Mir fehlen zwei Panoramen, die nicht in diese Welt waren. Fuuuuck. Fuuuuck. Fuuuuck.